Frau Klose, Sie haben jetzt ganz viel erzählt, trotzdem geht es jetzt darum, Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und des deutschen Bundeskanzlers umzusetzen. Deswegen frage ich Sie, Frau Klose, machen Sie mit 18 auf 36 Monate. Sind Sie dafür, dass wir das jetzt schnell umsetzen? Frau Klose, herzlichen Dank. Möchten Sie antworten? Ja oder nein? Ja. Herr Biadats, wir reden hier über Ihren Antrag, mit dem Sie ganz konkret eine Forderung der Ministerpräsidentenkonferenz aus dem Kontext reißen, aus einem Gesamtpaket, was vereinbart wurde, und das hier zu einer einzelnen Abstimmung stellen. Das heißt, was Sie machen, ist hier einen Zirkus zu veranstalten, anstatt sich wirklich um die Sachfragen zu kümmern. Sie wollen hier quasi unterstellen, dass die Bundesregierung nicht ausreichend schnell an der Umsetzung dieser Beschlüsse arbeiten würde. Ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall. Die Bundesregierung arbeitet daran. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall.